elex und das neue spiel aus dem hause piranha bites das leider noch nicht erschienen ist und auch im jahr 2016 nicht mehr erscheinen wird bisher sind nur ein paar screenshots und kleine teile der hintergrundgeschichte bekannt das spiel spielt in einer neuen fantasy welt also nicht im gothic universum nicht im rissen universum in einer welt die auch mal technologisierte war also keine reine fantasy welt ist es eine science fiction fantasy welt sozusagen und irgendetwas hat es mit elex auf sich einer außerirdischen substanz die für dies und das gebraucht werden kann es wird fraktionen geben es wird eine open world geben und auf mich wird das alles so interessant dass ich schon mal ein wunschprojekt edX hier definiere wer also möchte dass ich irgendwann im nächsten jahr wenn elix dann mal erschienen ist mit einem let's play von edX beginne der gibt diesem video hier einen daumen hoch